Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Wissen macht A. Klugscheißen mit Ralf und mit Schari. Wir haben heute ganz viele spannende Themen in der Sendung und den Anfang machen wir mit... Ist dir das schon mal aufgefallen? Was ist das? Das ist die Studiowand, Ralf. Darf ich euch vorstellen? Wand, Ralf, Ralf, Wand. Angenehm. Kommen Sie öfter hier hin. Ihr kennt euch doch schon seit Jahren. Ja, ich weiß, aber ist dir schon seit Jahren aufgefallen, dass hier eine ganz komische kleine Stelle ist, die... Oh, das war wohl eine Sollbruchstelle. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Sollbruchstelle war, aber wir können Sie gerne mal mit der Sollbruchstelle im ersten Film vergleichen. Ist das Sonnenlicht? Ich glaube ja. Puh, jetzt ist Mario aber richtig satt. Trotzdem, ein kleiner Nachtisch geht immer. Schokolade zum Beispiel. Nur ein Stück. Ach ja, Marie passt bei Süßigkeiten ja immer auf. Na ja, die Schokolade ist doch ein Stück, oder? Also darf Mario die ganze Tafel verschlingen. Aber nicht mit Marie. Guck doch mal. Da sind überall solche Kerben. Mit denen kann man einzelne Stücke abbrechen. Und die sind dann immer gleich groß. So eine Kerbe nennt man Sollbruchstelle. Eine Stelle, wo die Schokolade brechen soll. So etwas gibt es immer wieder. Zum Beispiel beim Klopapier. Wenn man zwei Blätter auseinanderzieht, reißt das Papier immer an den Löchern. Nochmal testen. Ja, das klappt wirklich jedes Mal. Mit Sollbruchstellen öffnet man auch eine Getränkedose. Da, wo das Loch entsteht, ist die Stelle. Und Packungen zum Aufreißen haben auch welche. Diese Sollbruchstellen sehen sogar aus wie Zähne. Nur, wieso reißt die Packung eigentlich genau da, wo die Kerbe ist? Hm. Um das zu erklären, eine kleine Geschichte. Marie muss dafür auf einen Baum klettern. Mario macht das auf seine Art. So. Der Ast überträgt Marios Gewicht gleichmäßig auf den Stamm. Alles hält. Wenn Marie aber jetzt eine Kerbe in den Ast schlägt, also eine Sollbruchstelle, dann muss Marios ganzes Gewicht über diesen schwachen Steg übertragen werden. Das Holz bricht. Das ist aber auch wirklich gemein, Marie. Nach diesem Prinzip funktionieren auch andere Sollbruchstellen. Zum Beispiel beim Klebeband. Oder beim Baguette. Oder der Milchtüte. Und Sollbruchstellen gibt es auch noch woanders. Wenn ein Auto gegen eine Schranke fährt, dann soll die Schranke rausbrechen, damit nichts Schlimmeres passiert. Denn die kann man dann wieder dranstecken. Sollbruchstellen kann man auch prima selbst verursachen. So, Kerbe rein, klappt wunderbar. Und ich sag nur, guten Appetit. Kennt ihr das, wenn sich die Haut nach einem Sonnenbrand pellt und ihr einfach nicht aufhören könnt, ständig große Stücke abzuziehen? Ralf kennt das. Ich wollte wirklich nur das Loch ein bisschen schöner machen und auf einmal hatten wir hier ein Fensterhalt mal kurz. Ja, wir wollten mal ein bisschen die Sonne reinlassen, aber es ist ein bisschen schmal geworden, oder? Ja, da könntest du recht haben. Aber jetzt sieht man endlich mal, was draußen los ist. Hübsch, man kriegt hier ja so wenig mit im Studio. Ist schön, dass ein bisschen Sonne reinkommt. Da kriegt man direkt Lust, raus in die Natur zu gehen. Dann machen wir das doch einfach mal. Also zumindest im nächsten Film. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Charlotte ist gerade auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Allerdings nicht für sich, sondern für ihre Tomatenpflanze. Ob sie in der Stadt wohl etwas Passendes findet? Wo kann sie nur hin? Auf die Fensterbank? Nee, hier? Nein, auch nicht. Gar nicht so leicht. Irgendwo muss es doch ein geeignetes Plätzchen geben. Urban Gardening. Was das wohl bedeutet? Garten steckt ja drin. Und nach Garten sieht es auch aus. Ah, und da arbeitet ja gerade sogar jemand an den Beeten. Das ist Hobbygärtnerin Iman. Die kennt bestimmt die Antwort. Urban Gardening bedeutet Gärtnern in der Stadt. Und zwar da, wo sonst keine Grünflächen sind. So werden zum Beispiel Salat, Gemüse und Kräuter auf unterschiedlichsten Stadtflächen angebaut. Dächer begrünt, Bienen gezüchtet und vieles mehr. Manchmal wird auch heimlich gebuddelt und gepflanzt. Das nennt sich dann Guerillagagening und dient natürlich dem grünen Zweck. Und diese Fläche hier? Ist ein Gemeinschaftsgarten. Das heißt, hier kann eigentlich jeder vorbeikommen, mitmachen und das selbst angepflanzte natürlich auch ernten. Und da die Fläche nicht den Gärtnern, sondern der Stadt gehört, ist man mit solchen Kisten sogar immer für einen möglichen Umzug gerüstet. Urban Gardening ist aber keine neue Erfindung. Gemeinschaftliche Nutzgärten mit Obst, Gemüse und Heilpflanzen gab es sogar schon im Mittelalter. Anfang des 20. Jahrhunderts war es für die Bürger oft noch überlebenswichtig, Obst und Gemüse selbst anzubauen. Heute geht man einfach in den Supermarkt und kauft, was man braucht. Aber warum machen denn dann manche Urban Gardening? Naja, es gibt viele Gründe. Anfang der 1970er Jahre startete die neue Gartenbewegung in New York mit unterschiedlichen Grundgedanken. Zum einen macht etwas selbst anzubauen großen Spaß. Aber es zeigt auch, wie viel Arbeit dahinter stecken kann. Außerdem kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Dabei kann man viel über Pflanzen, aber auch voneinander lernen. Die eigene Stadt wird grüner und damit auch für alle ein bisschen schöner. Das gefällt Charlotte. Und hier hat sie auch endlich ein neues Zuhause für ihre Tomatenpflanze gefunden. Oder etwa doch nicht? Ach so, na klar. Man packt hier selbst mit an. Na dann mal los. Denn wer mitmacht, darf später auch ernten. Und darüber freut sich Charlotte bestimmt nicht lange allein. Der Film hat drei Minuten gedauert und das Loch da ist noch größer geworden in der Zeit. Ja, und ich habe ein kleines Türchen eingebaut mit Fliegengitter, also Insektenschutzgitter. Denn hier sind so viele Lampen, wir wollen nicht, dass hier irgendwelche Insekten reinfliegen. Wir passen ja auch auf, auf die kleinen Mitlebewesen, die es so gibt. Und man weiß nie, was alles von draußen reinkommt. Und da draußen passiert jede Menge. Da wechseln zum Beispiel die Farben der Blätter und zwar im Herbst von Grün auf Rot und Gelb. Also hier nochmal in groß zu sehen, Grün auf Rot und Gelb. Und das Tolle ist, in den grünen Blättern stecken alle Farben schon drin, das ganze Jahr über. Diese anderen Farben werden nur vom Grün überlagert. Um herauszufinden, welche Farben da so drin stecken, braucht man diesen Versuch. Also zunächst einmal braucht ihr grüne Blätter. Ja, ich empfehle Brennnesselblätter, die wachsen überall und außerdem geben sie dem Versuch eine leichte Abenteuernote. Denn Brennnesseln können echt gefährlich sein. Man kann sich wahnsinnig wehtun, wenn man nicht richtig mit denen umgeht. Dann braucht ihr noch einen Mörser, eine Schale, etwas Sand und ein klein bisschen Brennspiritus, aber vorsichtig sein. Uh, Abenteuer. Ja, auch Brennspiritus kann echt wehtun, wenn man nicht richtig mit dem umgeht. So, ich mache schon mal kurz hier ein bisschen Sand rein und etwas von dem Brennspiritus, um die Blätter schön klein zu machen. So, was jetzt noch fehlt, ist ein Glas und ein Filter. Ich weiß, hier steht auf Abenteuer, aber man muss wissen, wo die Grenze ist. Das wäre ein bisschen Abenteuer zu viel. Also kein Zigarettenfilter, sondern nehmt einfach Kaffeefilter. Ja, den rolle ich jetzt mal zusammen. Könnt ihr ein bisschen zurecht schneiden und ich mache hier schön die Blätter klein. Das ist etwas anstrengend und braucht Zeit, aber zum Glück arbeite ich total schnell. So, mh, leckere Blattpampe. Bist du bereit mit dem Filter? Ja, dann kommt jetzt dieses grüne Zeug in die Glasschale und dann braucht ihr noch das hier. Das ist keine Zigarette, sondern ein Stück Kreide. Und dieses Stück Kreide wird jetzt hier reingestellt. Und dann heißt es warten. Ja, überbrücken wir doch einfach die Wartezeit mit der grünen Brücke. Eine hervorragende Idee. Luan ist auf der Suche nach dem Wald. Doch wo er auch hinschaut, überall ist Straße. Wo geht's denn rein in den Wald? Hm, vielleicht über die Brücke? Mal schauen, was da steht. Grünbrücke? Was ist denn eine Grünbrücke? Grünbrücken sind Brücken, die für Tiere gebaut wurden. Sie führen meist über stark befahrene Straßen. An dieser Stelle gibt es zwei große Naturschutzgebiete. Eine Heidelandschaft und ein Waldgebiet. Vor vielen Jahren wurde eine Straße mitten reingebaut und trennte die beiden Lebensräume. Tiere konnten so nicht mehr gut auf die andere Seite kommen. Grünbrücken sollen die natürlichen Lebenswege wieder verbinden. Über sie können wildlebende Tiere Straßen oder Bahnstrecken ohne Unfallgefahr überqueren. Selbst Tiere wie Fledermäuse, die eigentlich keine Brücken brauchen, fliegen am liebsten über die Grünbrücke. Die Verbindung ist nötig, damit es auf der Welt weiterhin viele verschiedene Tiere und Pflanzen gibt. Biologische Artenvielfalt heißt das. Ohne diese Brückenverbindung stünde den Tieren nur ein kleines Gebiet zur Verfügung. Sie könnten sich dann nicht mehr so gut vermehren. Außerdem werden sie häufiger krank, wenn sie nicht genug Platz haben. Viele Tier- und Pflanzenarten wären bedroht. Um das zu verhindern, gibt man den Tieren die Möglichkeit, eine Straße zu über- oder zu unterqueren. Für Erdkröten auf Wanderschaft werden Schutzzäune an befahrenen Straßen aufgestellt. Oder man trägt sie einfach rüber. Einfacher macht es ein Amphibientunnel. In ihn wandern Kröten oder andere Amphibien unter der Straße durch auf die andere Seite. Oben ist ein Gitter, da die Tiere Tageslicht mögen. Ein Querungsweg für Tiere kann auch unterhalb einer vielbefahrenen Straße wie dieser Autobahnbrücke liegen. Eine andere Möglichkeit ist ein Bach, der Madern, Füchsen oder Wildschwein unterhalb einer Straße oder Bahntrasse einen Durchgang bietet. Grünbrücken und andere Wege sind also Verbindungen getrennter Lebensräume, damit verschiedenste Tiere gefahrlos Straßen oder Bahntrassen kreuzen können. Die Struktur einer Grünbrücke muss allen Tierarten gerecht werden. Denn große Säugetiere, Rehe, Hirsche oder Wildschweine zum Beispiel, sollen sie ebenso überqueren wie Kröten, Käfer, Heuschrecken und Salamander. Tiere, die im Wald leben, nutzen die Grünbrücke gerne, wenn sie mit Bäumen bewachsen ist. Amphibien oder Reptilien benötigen offene, freie Flächen ohne Bäume, um sich wohlzufühlen. Damit die Brücke von möglichst vielen Tieren genutzt wird, sind verschiedene Naturlandschaften auf ihr angelegt. Eine Grünbrücke ist mindestens 50 Meter breit. Und an ihrem Rand schirmen Schutzwände die Tiere gegen Lärm und Licht aus der Umgebung ab. Aber wird sie wirklich genutzt? Ja, aber es dauert lange, bis alle Tiere die Brücke wirklich annehmen. Das sind versteckte Aufnahmen aus einer Überwachungskamera. Denn die Tiere sollen nicht von Menschen gestört werden. So kann man beobachten, wann welche Tiere die Brücke überqueren. Von der Straße aus ist kein Tier zu sehen. Dafür entdeckt Luan etwas anderes. Ha, den Eingang zum Wald. Na dann auf, du junger Wandersbrusche. Während der Film über die Grünbrücke lief, hat sich die Kreide die grüne Soße einverleibt. Und so sah das Ganze im Zeitraffer aus. Da kann man schön sehen, wie das Grün immer weiter in der Kreide hochsteigt. In den Blättern ist nicht nur die Farbe grün, sondern, das kann man hier ganz gut erkennen, auch die Farbe gelb. Und unter Laborbedingungen kann man sogar orange sehen. Da fragt man sich, warum sind die meisten Pflanzen grün? Hat es vielleicht politische Gründe? Ich meine, wenn sich jemand für den Naturschutz einsetzt, dann ja wohl Pflanzen. Tatsächlich ist es so, dass Pflanzen mit Grün meistens gar nicht so viel anfangen können. Im Sonnenlicht, das uns weiß erscheint, sind alle Farben enthalten. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr einen Regenbogen gesehen habt. Die Regentropfen in der Luft, die fächern das Sonnenlicht auf und man kann dann jede einzelne Farbe sehen. Lichtstrahlen können zurückgeworfen werden oder geschluckt werden. Bei einem weißen T-Shirt beispielsweise ist es so, dass alle Lichtstrahlen und alle Farben im Sonnenlicht zurückgeworfen werden. Die treffen auf unser Auge und wir sehen weiß, weil sich alle Lichtfarben mischen. Bei einem schwarzen T-Shirt ist genau das Gegenteil der Fall. Schwarz schluckt alle Farben, da wird nichts zurückgeworfen, deshalb wirkt schwarz schwarz. Und weil schwarz nicht nur die Farben schluckt, sondern auch die Energie des Lichts, fängt man in einem schwarzen T-Shirt viel schneller anzuschwitzen, weil es viel schneller, viel wärmer wird. Und bei einem grünen T-Shirt nimmt die Farbe den Rot- und Blauanteil des Lichts auf und wirft grün zurück. Und genauso ist es auch bei den Pflanzen. Da wird das grüne Licht reflektiert und die Pflanzen sehen grün aus. Mit anderen Worten, blau- und rote Lichtanteile nutzen die Pflanzen. Mit dem grün können sie nicht so viel anfangen. Und das Tolle daran, mit Hilfe des blauen und roten Lichts stellen die Pflanzen ihre eigene Nahrung her. Das nennt sich dann Photosynthese. Und Nahrung ist ja nichts anderes als Energie. Und es gibt auch noch andere Wege, Energie aus Sonnenlicht herzustellen, mit Hilfe von Photovoltaik. Hm, Teig. Waldemar studiert Architektur. In ein paar Tagen muss er einen Vortrag über Dachkonstruktionen halten. Und vorher übt er mit Janina. Ah, ist das langweilig. Janina schläft gleich ein. Hier sind zwei Türme mit superflachen Dachziegeln. Doch plötzlich... Moment mal, stopp mal zurück. Ist das ein Dachfenster? Nee, das sind Sonnenkollektoren. Damit kann man auch Sonnenlicht Strom erzeugen. Sag mal, wie funktioniert das eigentlich? Gute Frage. Jeden Tag verbrauchen wir Energie, wenn wir vor dem Computer sitzen, das Licht einschalten, Frühstückseier kochen oder Fernsehen gucken. Für alles braucht man Strom. Aber bevor der aus der Steckdose kommt, muss er erst erzeugt werden. Zum Beispiel von Solarzellen in Sonnenkollektoren. Kollektor kommt vom lateinischen Wort kolligere. Und das heißt auf Deutsch sammeln. Solar wiederum stammt vom lateinischen Wort solarius und bedeutet zur Sonne gehörig. Genau das machen Sonnenkollektoren. Sie sammeln Sonnenlicht und erzeugen daraus Strom. Und das geht so. Wichtig ist erst einmal ein Halbmetall. Eigentlich sieht es so aus und heißt Silizium. Das sind Siliziumplatten. Innen wurden Metalldrähte montiert. Gucken wir uns das mal genauer an. Im Inneren der Solarzelle gibt es zwei Siliziumschichten. Sie liegen aufeinander. Die obere Platte wurde außerdem chemisch behandelt. Ganz oben sind die Metalldrähte. Im Silizium sind winzige Teilchen, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Sie heißen Elektronen. Scheint die Sonne, treffen die Strahlen im Kollektor auf die Solarzellen. Dadurch werden die Elektronen angeregt, von der einen in die andere Siliziumschicht zu springen und weiter in die Drähte. Dort fließen sie dann wie in einem Kanal. Dieser Elektronenfluss ist die Energie, die wir als Strom kennen. Und der fließt durch Kabel vom Kollektor ins Haus. Ganz gleichmäßig als Gleichstrom. Das heißt, die Elektronen fließen immer in die gleiche Richtung. Für unsere Elektrogeräte brauchen wir aber anderen Strom. Deshalb wird der Gleichstrom zuerst in diesen Kasten geleitet, den Wechselrichter. Durch ihn wechselt der Strom die Richtung. Deshalb sagt man dazu auch Wechselstrom. Er fließt abwechselnd in verschiedene Richtungen. Dieser Wechselstrom kommt dann bei uns aus der Steckdose und kann für alle möglichen Haushaltsgeräte genutzt werden. Schon praktisch, so ein Solardach. Und apropos Sonne. Wie wäre es jetzt eigentlich mal mit einer Belohnung fürs aufmerksame Zuhören? Damit die Solarzellen aus dem Sonnenlicht auch richtig viel Strom machen können, sollten diese Solarzellen natürlich sehr sauber sein. Je mehr Dreck drauf ist, desto weniger Licht kommt nämlich durch. Da sollten sich die Solarzellen mal ein Beispiel an der Lotuspflanze nehmen. Oh ja. Guck mal, was hier schon alles durchkommt. Für dich. Nein. Für dich. Nein. Für dich. Esther, welches unglaubliche Produkt hast du uns denn da mitgebracht? Dieses Spray. Es entfaltet seine bemerkenswerte Wirkung durch den Lotus-Effekt. Ah, Esther, das ist interessant. Was ist denn der Lotus-Effekt? Ganz einfach, Janina. Ich erkläre es dir. Hast du schon mal Rot- oder Weißkohl gewaschen? Mhm. Ich habe hier ein Kohlblatt und gieße jetzt Wasser darüber. Schau, was passiert. Oh mein Gott, jetzt sehe ich es auch. Ja, es perlt in Tropfen ab. Ich habe jetzt leider keine Lotusblume dabei, aber rein zufälligerweise dieses Staudengewächsblatt. Schau mal, was nun passiert. Ganz erstaunlich. Und das nennt man den Lotus-Effekt. Richtig. Und ich erkläre dir jetzt, warum. Das ist total nett, Esther, aber ich übernehme dann mal ab hier. Die Lotusblume gilt in Asien als Symbol für Reinheit. Denn obwohl sie oft in schlammigen Tümpeln wächst, sind ihre Blätter immer makellos sauber. Man spricht vom Lotus-Effekt. Denn nach ihr ist der Effekt benannt, der Regentropfen von den Blättern abperlen lässt. Befindet sich Staub oder Schmutz auf dem Blatt, rollen die Wassertropfen drüber und nehmen den Dreck von der Blattoberfläche mit. Die Pflanze reinigt sich von selbst. Diesen Effekt findet man in der Natur auch bei anderen Pflanzen, zum Beispiel bei Rot- oder Weißkohl oder bei den Blättern der Kapuzinerkresse. Diese Blätter sind superhydrophob. Hydrophob stammt aus dem Griechischen. Hydor heißt Wasser und Phobos bedeutet Furcht, also Furcht vor Wasser oder auch wassermeidend. Und wenn ein Blatt sogar superhydrophob ist, dann ist es superwasserabweisend. Rollt ein Wassertropfen über ein Lotusblatt, fällt dabei die kugelrunde Form des Tropfens auf. Wie eine Murmel rollt dieser Tropfen über das Blatt. Der Tropfen hier liegt auf dem Blatt einer anderen Pflanze und hat mehr Kontakt mit der Oberfläche und ist flacher. Zum Vergleich der Tropfen links auf dem Blatt einer Lotuspflanze, rechts auf dem Blatt eines Eichenbaums. Und dass es so ist, liegt an der Blattstruktur. Die Blätter der Lotuspflanze sind nicht superglatt, wie man vermuten würde. Ganz im Gegenteil. Mikroskopaufnahmen zeigen winzig kleine, von Wachs überzogenen Noppen. Diese Wachskristalle, die die Spitzen umschließen, schützen das Blatt vor Schmutz und Pilzinfektion. Wie ein Fakir auf einem Nagelbrett berührt der Tropfen nur die Spitzen der Noppen und hat keinen festen Halt. Unter dem Tropfen befindet sich hauptsächlich Luft und so perlt er leicht von der Oberfläche ab. Sogar klebriger Honig bleibt nicht am Blatt haften, sondern tropft runter. Tolles Prinzip. Das hat sich auch der Wissenschaftler Wilhelm Bartlott gedacht. Er stellte die Struktur dieser Pflanzen künstlich her, um so auch andere Oberflächen schmutz- und wasserabweisend zu machen. Zum Beispiel Farben für Hausfassaden, die sich selbst reinigen. Oder Stoffe für Sitzmöbel, an denen kein Dreck haften bleibt. Alles nach dem Vorbild des Lotusblattes. Allerdings gibt es auch viele Hersteller von allem Möglichen, die für ihr Produkt mit dem Begriff Lotus-Effekt werben, aber ihr Versprechen von der Unverschmutzbarkeit nicht einhalten können. Wie? Moment, was soll das denn bedeuten? Schari, ich habe eine super Idee, wie wir den Lotusblum-Effekt auf eine Glasscheibe bringen können und so auch dafür sorgen, dass sich Solarzellen selbst reinigen. Toll. Das bringt die Menschheit wieder ein Stück weiter. Alles, was man braucht, ist eine Glasscheibe und eine kleine Kerze. Und jetzt brenn, kleine Kerze, brenn! Aber du machst die Scheibe doch nur ganz russig im Moment. Das ist fein beobachtet, Schari. Wenn die Scheibe voll mit Ruß ist, dann ist auf einmal der Lotusblumen-Effekt da. Guck, hier ist etwas Wasser. Uh, im Vergleich. Uh. 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 Toll. Lotusblume. Aber so viel Ruß auf den Solarzellen ist genauso schlecht für die Stromherstellung wie Schmerz. Du hast recht. Also zurück zum Forschungslabor. Ja, vielleicht fällt euch ja irgendwas ein und ihr schickt uns einfach eure Ideen. Schaut mal auf unserer Internetseite vorbei. Sie heißt www.wissenmachta.de. Da findet ihr ein Kontaktformular und könnt uns eure Ideen schicken. So, jetzt sage ich eigentlich nur noch, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei... Wissen macht... Äh, ah.